und heute spielen wir wieder wie ihr sehen kann eine runde und ja wir reinigen heute hier ein bisschen den schmutz leider leute ist mir ich habe das video eigentlich schon aufgenommen aber habe nicht auf den aufnaben-button gedrückt sehr schlau und im jahr deswegen bin ich jetzt schon bei 2 90 prozent aber macht nichts wir reinigen hier trotzdem einfach weiter wir müssen hier ein bisschen den schmutz noch finden weil hier irgendwie als nur noch zu 39 prozent steht und ich nicht weiß wo hier noch schmutz sein soll weil es ist schon blitze blank hier aber ja also hier ist noch schmutz das kann man beispielsweise weg machen so münzen hier aber sonst finde ich hier auch kein dreck kein dreck ist hier ne also egal wir gehen mal hier rüber so jetzt auch nichts hinter irgendwie da oben drauf ist auch nichts mehr hier ist noch ein bisschen schmutz also ich weiß nicht wo man ja alles noch reinigen soll weil eigentlich fast alles weg ist also hier so die hinter teile von den gold ging an kann ja aber auch schlecht irgendwie wird sehen weil hier nicht so richtig man nicht so richtig auch immer noch bei 93 prozent geht doch gar nicht irgendwo muss ja noch so viel schmutz sein dass man das noch weg machen muss das kann man es hier sonst nicht sehen so wenn man ja ruhig hey so man mach doch was hier weg ey oh schwere geburt dort so das ist ja alles jetzt schön sauber so ist hier noch irgendwie schmutz dran hier ganze band ist ja hier noch schmutzig das ist ja ein ding aber auch so man ey ich hasse es man sieht hier halt nix drin ne so so hier ist auch noch schmutzig zack 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 so 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 jetzt ja auch mal gereinigt aber sonst ist ja alles sauber ok ja gut aber jetzt weiß ich halt auch nicht mehr wo ich hier noch was sauber machen sollen die dinger hier sind alle sauber aus noch schnell weg ja so so ja endlich so können wir uns nämlich zum chef teleportieren oha machen wir doch hier schön sauber wird das lieber so machen weil es so geiler ist so eigentlich müsste man auch was da holen eben ich habe mir den infinity dings geholt in dem video ja so übrigens diese ganzen anderen dinge hier habe ich alles schon vorher freigeschaltet gehabt ja also nicht wundern so einigen wir hier mal diesen sessel ist das glaube ich ne so schön reinigen hier alles gründlich reinigen vor allem so zack 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 ja wir haben es fällig wie kann man denn hier da unten dran wie soll man da unten dran kommen egal so machen wir jetzt mal weiter zack 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 so bam 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 statu muss natürlich auch schön sauber werden wenn die leute hier auch die juweliersachen hier kaufen ne weil die sind ja so direkt glänzen ja jetzt das ist wieder wenn ich das sauber mache so zack so hier ist noch ein bisschen was und da aber jetzt sollte sie auch fertig sein so dann machen wir mal hier was soll denn das sein ach das ist die kassen ne das sind die kassen meine ich interessant machen wir hier mal das dollar das heißt das geld logo mal sauber so ja da unten komme ich eh nicht dran so schön die kassen hier sauber machen damit man auch bezahlen kann sonst ist das ja ekelhaft hier zu bezahlen okay so zack so schön alles sauber gemacht machen wir hier den Boden einmal in dem Bereich so und jetzt sind wir hier in dem Bereich fertig dann machen wir hier nochmal die Stühle wieder den Stühle einmal sauber so 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 zack 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 können so 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 machen wir hier die Statue einmal so Schön die Juweliere hier sauber machen. Äh, die Steine meine ich. So. 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 Ja, nice. So. So. Okay. Gehen wir hier zum nächsten. Das sind Ketten, glaube ich. Sie sehen aber auch gut aus. Während die echt. So. Dann da noch. Hier. Ihre Ringe. So. 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 Schön die Finger hier einmal sauber machen. Müssen natürlich auch schön sauber sein. So. So. Perfekt. So. So. Bam, 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 bam. Zack. So. 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 Okay, perfekt. So. Dann hier den Boden einmal schön sauber machen. So. 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 Ne, die Mitte machen wir noch nicht. die Mitte machen. So. 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 Die dann c過ichen. Perfekt. So. Jetzt machen wir noch hier in dem Aus für eine Sorge. Mauern, blau, blau, blau und bla kleine Sorge. Trämen, blau und da dotted sehen we schedules yiisbreit7gn. hier leute was war es mit dem video im nächsten video bei den nächsten dings werden wir auf jeden fall noch die tarnüber machen wenn euch das video gefallen hat gerne ab und kommentar da schaut außerdem auch mein disco sogar vorbei ist unten in der video schon verlinkt hatten traumhaft